Hey Leute, was geht? Heute geht es mit einer neuen Folge und zwar heute zocken wir den FIFA 14 im Playstation 3 und ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Heute nehmen wir die Mannschaft von Real Madrid und ja, mal schauen, wer heute bei diesem Spiel gewinnt. Wir nehmen Real Madrid. Real Madrid gegen den FC Bayern und die wählen wir mal. Entschuldigung Leute, die Kamera konnte ich nicht so bei der Kamera sehen. Okay Leute, wir nehmen jetzt mal Real Madrid gegen den FC Bayern München und später spielt noch mal Real Madrid gegen den FC Barcelona. So, jetzt sind die Teams geordnet. Jetzt weiß ich nicht, was ich nehmen soll. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Es ist egal. Ich nehme mal erstmal weiß. Dann darf auch mal den FC Bayern das weiße Trikot nehmen. Und Leute, wir machen jetzt mal eine Ansage und zwar Cristiano Ronaldo tun wir jetzt erstmal bei Sturm. Weil ich glaube, wenn Ronaldo die ganze Teiltor schießt, dann wird vielleicht Cristiano Ronaldo mit Morata wechseln. Und Kaká muss auch auf jede Fälle reinkommen. Mit Isco. Danach geht es auch noch weiter. So, Cristiano Ronaldo ist jetzt Sturm. Also Sturm. Und ja, dieses Spiel ist einfach zu hässlich. Da verliere ich immer die ganze Zeit. Junge, ich bin einfach zu hässlich. Ich bin einfach zu schlecht. Okay Leute, jetzt geht es doch los mit der FIFA 14. Und wir zocken jetzt Real Madrid. Und wir nehmen jetzt erstmal Real Madrid. Äh, wir nehmen erstmal FC Bayern ein bisschen Hops. So. Mach ein bisschen weiter. Hops ich nicht. Ich hab gesehen, ich hab schon gesehen, dass der Real Madrid... Hä, ich hab eigentlich gesehen, dass der Dings der Bums Real Madrid doch... äh, ich meinte, der FC Bayern den Ball bekommt. Xavi Alonso, Karim Benzema, Marcelo. Oh, nicht so eine gute Abwehrleistung. Wir dürfen heute keine rote Karte kassieren. Das ist ein Spiel mit euch. Sehr schön gemacht von PP. Okay Leute. Da kommt Özil. Ach, Viola. Ja, sehr schön. Sehr schön gemacht. Uh, Manu. Aber Ribriest dann auf den Ball gekommen. Oh mein Gott, jetzt ist Toni Kroos. Scheiße. Wir dürfen nicht verlieren. Wir dürfen nicht verlieren. Nein. Sehr schön. Arbiola. Ist es cool wie ein bisschen Ball? Cristiano Ronaldo. Nein. Shit ey. Mann. Gibt's ja wohl nicht. Uh, fast Jerome Boatenging. Uh, sehr schön. Jetzt Ronaldo. Ah, Manu. Ronaldo könnte noch beim Sturm, aber sonst wäre er schon im Abseits. Aber gute Arbeit von Cristiano Ronaldo, weil sonst wäre er schon im Upside. Sehr schön. Gut gemacht. Gute Slider-Attacke. So. Jetzt weiß ich nicht wann das Spiel aus ist. Wir dürfen nicht verlieren. Sehr schön. Was war das denn? Er könnte wenigstens lüpfen. Uh, der war wirklich perfekt. Sehr schön. Von Marcelo. Oh man, der war ja nicht perfekt. Jetzt bekommen wir den Ball. Oh man. Hätte nicht so viel im Außen gespielt. Sehr schön. Özil. Nein. Was war das denn? Sehr schön. Aha, Manu. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ach du Kacke. Oh nein, du hat die gelbe Karte bekommen. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Wisst ihr was Leute? Wenn wir gewinnen wollen, dann tun wir beim FC Bayern extra. Danach können die Mannschaft von Real Madrid gewinnen. Wie ist das was? Dann passen wir erstmal zu Neuer. Vielleicht macht Cristiano Ronaldo den Tor. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wuppen Gundamstar. Habt ihr gesehen? Wuppen Gundamstar. Äh... Wuppen Gundamstar von Cristiano Ronaldo. Wir sehen diese Wiederholung sehr schön. Aber... Das hab ich jetzt aus Versehen gemacht, Leute. Leute, ich muss leider jetzt schon beenden. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann soll ich schon mal auf Wiedersehen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.